Musik Und jetzt? So, jetzt renne ich einfach mal hier durch Mich verarschen Komm her Uh, scheiße Boah, alter Komm her Was fliehen sie aus dem Gebiet? Uh, we are good to go, Control Dr. Candace Jenner is on the board And we are friends to lift up Roger and out of control Wait, no! Zogen wir einen anderen Helikopter, okay Nein! Da lang nicht Schön ausgewichen Yeah! Da lang nicht Maaan Alp, hier geht noch so was von dermaßen Lass mich durch hier Oh nein, 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 ich hab das nicht gedacht Nein! Okay, die andere Waffe We're clear, we're clear! Is she loaded? Uh, we are good to go Control Okay, da waren wir nach Roger and out control Wait, no! Okay Okay, den haben wir nicht Fliehen sie Ja Du wirst jetzt wissen, dass ich da nicht muss Kann Weg mit dir, los Hala, die Waldweh Ich krieg hier nen Pilz Ah, da ist es! Ein Hubschrauber! Bleib hier! Hey, Carol! Was machst du da? Schön! Halt! 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 Du musst rauf aus den Kürzen! Ja! Ja, das ist nämlich mal ein schöner Gedankenaustausch hier. So, Hundsalat, wie geht denn? Wer will der Wilder hat noch nicht? Wer hat seinen Schmalz hier noch nicht gelassen? Geil, 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 geil. Come on, you son of a bitch. Ja, du musst auch, du Fritsch. Hallo, weg hier von dem Auto. Gedankenaustausch der Extraklasse hier. So, wer will der Wilder hat noch nicht? Jeder darf hier mal eine Kugel flüssig abfangen. Oh, hier rüben. Ja, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell rein. Hier werden sie genauso abgeknallt, die nebenhanden. Kommt, ja, kommt. Jeder darf jetzt mal einen Kopfsalat weg, ja. Tadadadadum. Hahaha, kommt ja hier. Elend, münchen. Was sind sie denn? Irgendwo hat diese kopflosen Aktion von diesen Zombies. Kommt, ist ja heuer, ja. Hörst mich, ne. So, Stücke, diese kleinen Stücke. Ja, genau. Schöne Kiescheiden weggegossen. Was denn? Offen wir auch können. So, sie haben wir zu verlassen. Nachflug kriegen wir. Ja, weil ich will den Nachflug kriegen. Hopp, hopp. Hey, Junior. Change your plan. Get in here. Whoa, come on, get in the helicopter. There's plenty of room. Also, was du geklappst? Aber ich bin ein Kuh-Schrauber. This ain't a wide we want to take. Damn. Prepare for Death Star. Na, drei Überlebende. Cool. Was ist denn du schon wieder? So, ich denke mal, das wird's wohl gewesen sein. Von The Walking Death. Hell, I'm the only man you can ever count on. Yo, dann bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Wie es euch gefallen hat oder auch nichts, schreibt es unten drunter. Unter dieser Video-Einblendung. Dann gibt es da sowas wie eine Box. Warum rein schreiben und so? Kommentarbox. Viel Spaß. Ciao, bye-bye, euer kleiner Kunde. Und danke fürs Einschalten. Tschüss.